Hallo, mein Name ist Wilfried Schmickler. Ich komme aus Köln, also quasi aus dem Herzen Europas und das Wichtigste am 26. Mai ist für mich eine hohe Wahlbeteiligung. Also Leute, kommt wählen und damit ihr wisst, worum es geht, wenn ihr es noch nicht wisst, kommt auf den Rathausplatz nach Hamburg zum großen Europa-Fest in Hamburg. Alles Gute! Vielen Dank!